Liebe Sternenfreundinnen und Freunde, es ist soweit. Zur Wintersonnenwende verbinden sich Jupiter und Saturn im Wassermann und läuten damit den Beginn der Luftepoche ein. Außerdem haben wir am 14. Dezember eine totale Sonnenfinsternis im Schützen. Es ist also einiges los im Kosmos. Und was das für euren Lebensalltag und euer Liebesleben bedeutet, darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit den Tendenzen für die zwölf Sternzeichen im Monat Dezember 2020. Wir haben zwei Großereignisse diesen Monat. Der Neumond im Schützen am 14. Dezember ist eine totale Sonnenfinsternis. Auch wenn wir die hier nicht sehen, astrologisch ist sie trotzdem sehr wichtig. Und wie sie sich für euch auswirken kann, darauf gehe ich in den Sternzeichenhoroskopen ausführlich ein. Zur Wintersonnenwende am 21. Dezember haben wir dann die große Konjunktion von Saturn und Jupiter, die den Beginn der Luftepoche markiert. Zu diesen astrologischen Großereignissen halte ich euch im Dezember in meinen Livestreams auch den laufenden. Außerdem habe ich ein Gespräch mit Zukunftsforscher Dr. Christoph Niederwieser zur Luftepoche geplant. Ich hoffe, das klappt dann noch bis Ende Dezember. Der Christoph ist nämlich enorm begehrt und ausgebucht. Wenn ihr automatisch informiert werden wollt, wann meine Beiträge oder Livestreams online gehen, dann abonniert doch einfach meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen oben rechts. Hier in diesem Video erfahrt ihr, wie sich die Konstellationen im Dezember auf euren Lebensalltag und über die Feiertage auswirken. Und die Timecodes, wann jedes Sternzeichen beginnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mein Jahrbuch ist jetzt erhältlich. So sieht es aus und ein Exemplar mit persönlicher Widmung verlose ich diesen Monat für euch. Mehr zur Verlosung und meinem Service findet ihr am Ende des Videos im Serviceteil. Eine Jahresvorschau in der Verlosung vom November gewonnen hat Aglaya Juliane Martens. Herzlichen Glückwunsch! Bitte schreib mir eine E-Mail an service-at-antonialangsdorf.com mit deiner E-Mail-Adresse und deinen Geburtsdaten, damit ich dir deine Jahresvorschau zukommen lassen kann. Und falls ihr euch noch eine persönliche Beratung oder ein schriftliches PDF-Horoskop zu eurem neuen Jahr bei mir sichern wollt, verlinke ich euch alle Infos, wie ihr mich erreicht, hier auf der Infokarte. Jetzt kommen wir zu den Tendenzen für die 12 Sternzeichen und denkt dran, schaut euch auch das Zeichen eures Aszendenten an. Da findet ihr auch zusätzlich noch wichtige Infos für euch. Und es geht los mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten und vielen Dank für eure vielen Rückmeldungen zum Marstransit in eurem Horoskop. Viele von euch haben mir bestätigt, welch fordernde Zeit hinter ihnen liegt und dass sie auch immer noch ranklotzen. Manche kamen aber auch in den Genuss der Marskraft ohne weitere Hindernisse und hatten eine gute Zeit mit viel Power. Jetzt gehen wir in einen Dezember, in dem der Mars wieder direktläufig ist. Und in den ersten drei Wochen sogar gute Aspekte bildet. Das heißt, die meisten von euch dürfen jetzt nochmal richtig Gas geben und im Endspurt noch wichtige Vorhaben vollenden, bevor das Jahr zu Ende geht. Falls ihr zeitweise schlapp wart in letzter Zeit, kehrt nun auch eure Vitalität zurück. Für die Märzwieder zeigt der Einfluss von Chiron, dass ihr mögliche Gesundheitsprobleme nicht mit euch selbst ausmachen, sondern euch lieben Menschen anvertrauen solltet. Gerade jetzt im Dezember hat liebevolle Zuwendung eine große Heilwirkung auf euch und die kann man zum Beispiel auch von Freunden erhalten oder sogar durch ein Gespräch am Telefon. Für euch alle gilt, dass die Sonne und auch der Merkur im Schützen motivierend wirken und euch optimistisch machen. Wenn ihr ein starkes Fernweh verspürt und darunter leidet, dass ihr euch nicht frei bewegen könnt, solltet ihr über Wege nachdenken, dieses Feuer auf andere Weise zu nutzen. Ich persönlich schwöre ja auf gute Hörbücher, um wenigstens meinen Geist in die Ferne schweifen zu lassen. Aber es kommen auch gute Filme oder vielleicht auch einfach mal ein Spieleabend im kleinen Kreis mit Gleichgesinnten in Frage. Oder meldet euch per Zoom oder am Telefon bei Freunden, die weit weg leben und lasst euch erzählen, wie es dort aussieht. Auch eine Aufgabe, bei der ihr anderen helfen könnt, würde unter guten Sternen stehen. Die Liebessterne stehen in den ersten beiden Wochen besonders schön für die Festliierten unter euch. Ihr spürt einen zärtlichen Zusammenhalt und falls es im November Unstimmigkeiten gegeben hat, können die jetzt beigelegt werden. Wahrscheinlich seid ihr beide eifrig dabei, Weihnachtsgeschenke für euren Schatz auszusuchen oder kreativ selbst zu machen. Kleiner Tipp, verschenkt doch einen Gutschein für etwas, was ihr eurem Partner Gutes tun wollt, wie zum Beispiel eine Massage oder ein Drehgängemenü zu kochen. Durchaus möglich aber auch, dass in den ersten beiden Wochen Geld hereinkommt, denn da habt ihr einen guten Finanz- und Erfolgsaspekt. Der Neumond am 14. Dezember ist zugleich auch eine totale Sonnenfinsternis. Sie kann in euch eine große Sehnsucht nach Reisen und Abenteuer wecken. Gleichzeitig wird sie von Mars aktiviert. Deshalb glaube ich, dass euch jetzt die Aufgabe zukommt, nicht nur zu träumen und Pläne zu machen, sondern tatkräftig mitzuhelfen, wo ihr gebraucht werdet. Diejenigen von euch, die in heilenden und helfenden Berufen arbeiten, werden vielleicht gefordert, sich zu engagieren und ihre Kräfte für das Wohl der Gesellschaft einzusetzen. Vielleicht könnt ihr jetzt zu Heldinnen und Helden werden. Ab dem 15. Dezember wird es für die Singles unter euch spannend in der Liebe, denn dann wechselt die Venus ins Zeichen Schütze. Das bringt Chancen zum Anwandeln. Im Moment dürfte das wohl am ehesten über das Internet funktionieren, aber ihr lernt vielleicht auch Leute kennen, indem ihr euren Interessen folgt, ganz einfach, und den Austausch sucht. Vielleicht auch über sowas wie gemeinsame Computerspiele, wo ihr euch als zwei Avatare begegnet und dann irgendwann auch im wahren Leben. Am 17. Dezember wechselt der Saturn in den Wassermann und am 19. dann auch der Jupiter. Und das läutet dann für euch eine erfolgreiche und produktive Phase für die nächsten ein- bzw. drei Jahre ein. Zusammen mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember, wenn die Sonne in den Steinbock geht, aktivieren diese Energien sehr stark den Bereich der Karriere und der Zukunftsgestaltung in eurem Leben. Und so kann es sein, dass ihr trotz der kommenden Feiertage viel über Beruf und Berufung nachdenkt. Auch rund um den Vollmond am 30. Dezember im Krebs habt ihr vielleicht ein paar schlaflose Stunden, weil euch diese Themen stark beschäftigen. Und ihr braucht vielleicht sogar mal ein bisschen Zeit für euch. Trotzdem solltet ihr in den letzten zehn Tagen des Monats lieber abschalten und ein bisschen zur Ruhe kommen. Versucht euch möglichst keine Verpflichtungen über die Feiertage aufs Auge drücken zu lassen. Gerade die Aprilwider laufen Gefahr, sonst Druck und Ärger an die Familie weiterzugeben. Konzentriert euch auf das Angenehme und das Positive. Dabei hilft euch Liebesplanet Venus. Die Konstellationen zu Silvester sind sehr spirituell. Euch wird etwas einfallen, um diesen wichtigen Jahreswechsel würdig zu zelebrieren oder vielleicht auch ein tolles Online-Event mit Gleichgesinnten zu organisieren. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Es sieht nach einer ziemlich turbulenten Weihnachtszeit für euch aus. Uranus und Lilith in eurem Zeichen zeigen, dass ihr einen unruhigen Geist habt. Andererseits stehen die Planeten im Steinbock günstig, sodass ihr wahrscheinlich auch noch einiges geschafft kriegt. Zu Monatsbeginn sind die Aspekte sehr romantisch für euch und besonders für die Singles recht vielversprechend. Vielleicht habt ihr im November jemand Spannendes kennengelernt und kommt euch nun ein bisschen näher. Auch Flirts über das Internet können interessant werden. Die Lilith steht ja in eurem Zeichen und verbindet sich hier mit Uranus und dadurch zeigt ihr euch geheimnisvoller oder auch unberechenbarer als sonst, was für euer Gegenüber besonders faszinierend ist. Die festliierten Stiere haben Lust, gemeinsam mit ihrem Schatz tatkräftig die Aufgaben der Vorweihnachtszeit in Angriff zu nehmen. Außerdem gibt es viel zu besprechen und vielleicht auch zu heilen. Gesundheitlich kann es sein, dass ihr ein bisschen schlapp in den Monat startet und wenn ihr in der ersten Dekade Geburtstag habt, vielleicht auch mit einem gewissen Auf und Ab zwischen Hochphasen und plötzlicher Erschöpfung. Versucht in eurer Mitte zu bleiben. Beruflich ist der Monat von einem Gefühl des Übergangs geprägt. Ihr spürt, dass sich etwas Neues anbahnt und dass vielleicht etwas zu Ende geht oder dass ihr noch nicht genau wisst, was auf euch zukommt. In dem Fall ist die stiertypische Fähigkeit, etwas erstmal auszusitzen und auf sich zukommen zu lassen, gerade recht. Versucht jetzt nicht, euch auf etwas einzulassen, von dem ihr noch keine konkrete Vorstellung habt beziehungsweise arbeitet erstmal Liegengebliebenes auf. Alle Tätigkeiten, die bereits in gewohnten Bahnen laufen, werden auch weiter funktionieren. Finanziell habt ihr in der ersten Monatshälfte einen günstigen Aspekt und es kann Geld hereinkommen. Vielleicht macht man euch auch schöne Geschenke oder ihr könnt ein Schnäppchen ergattern. Auch Geschäfte, bei denen es um Waren oder Exotisches aus dem Ausland geht, können gut funktionieren. Vorsicht gilt jedoch in diesem Monat bei euren länger bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten. Denn der Neumond mit der Sonnenfinsternis am 14. Dezember fällt genau in diesem Bereich, auf eure Werteachse. Vielleicht muss da vor Jahresabschluss noch was geregelt werden. Oder eine Finanzangelegenheit der Vergangenheit wird zum Problem, weil Unklarheiten auftreten. Auch finanzielle Tipps von Freunden oder Bekannten sind mit Vorsicht zu genießen. Verlasst euch lieber auf euer eigenes Urteil. Wenn ihr fest liiert seid, kann diese Konstellation auch Unsicherheit in eure Beziehung bringen. Macht vielleicht ein gemeinsamer Freund seltsame Anspielungen? Oder gibt es ein Geheimnis aus der Vergangenheit, was jetzt zutage tritt? Oder hat einer von euch den Eindruck, dass der andere mit etwas hinterm Berg hält? Schwierig wird es dann, wenn ihr außenstehenden Sachen erzählt, die eigentlich nur euch beide was angehen. Also, wenn etwas in der Luft liegt, sprecht es erstmal nur beim eigenen Partner an und redet offen und vertrauensvoll miteinander. Immerhin ist das ein wichtiger Neumond, bei dem man auch Pläne für die Zukunft macht. Und dabei müsst ihr euch vertrauen können. Liebevolle Impulse bekommt ihr ab dem 15. Dezember von der Venus. Wir haben dann bis zum 24. eine Konstellation, bei der mögliche Geheimnisverwicklungen geheilt werden können. Am 17. Dezember geht der Saturn in den Wassermann und am 19. dann auch Jupiter. Und das ist für euch eine große Energiewende. Die beiden Erfolgsplaneten wandern dann für ein beziehungsweise drei Jahre durch euer Karrierehaus und läuten eine Phase ein, in der ihr viel Erfolg haben könnt, euch aber auch behaupten und wichtige Entscheidungen treffen müsst. Darauf bin ich in meinem Jahrbuch ganz ausführlich eingegangen. Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende und die Sonne geht in den Steinbock. Zusammen regen diese Energien sehr stark die Bereiche der Karriere und der neuen Perspektiven bei euch an. Ihr habt also allen Grund, zu Silvester über gute Vorsätze und große neue Pläne nachzudenken. Vorher ist ja noch Weihnachten und die Sterne stehen zum Fest überwiegend harmonisch für euch. Manche von euch, vor allem die April-Stiere, möchten etwas Ungewöhnliches ausprobieren oder am liebsten verreisen. Doch noch ist ungewiss, ob das möglich sein wird. Deswegen plant lieber etwas Ausgefallenes, wie zum Beispiel ein spirituelles Ritual oder ein Zusammensein mit besonderen Freunden im kleinen Kreis, um euren Hunger nach außergewöhnlichen Erlebnissen zu stillen. Die übrigen Stiergeborenen haben einträchtige Aspekte, auch für ganz traditionelle Weihnachtsfeiern. Der Vollmond am 30. Dezember im Krebs und die Silvestersterne, die stehen überwiegend harmonisch für euch. Zumindest für ein schönes Dinner und vielleicht sogar für eine Feier mit handverlesenen Freunden, die gerne zu euch kommen. Die spirituellen Stiere können die Zeit gut nutzen, um sich mit einer Meditation auf die besondere Energie der Zeitenwende einzustimmen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Beziehungsangelegenheiten sind von großer Bedeutung für euch. Schon der Vollmond am 30. November mit der Mondfinsternis fällt auf eure Beziehungsachse und zwei Wochen später dann auch der Neumond am 14. Dezember mit einer totalen Sonnenfinsternis. Und die Zeit dazwischen, da kann viel passieren. Jemand, den ihr in der Vergangenheit schon mal sehr mochtet, kann wieder auftauchen. Oder jemand, der in euch die Seelenpartnerin sieht, obwohl ihr euch da gar nicht so sicher seid. Oder ihr entdeckt, dass ein Mensch, den ihr schon länger kennt, mehr für euch ist, als es bisher den Anschein hatte. Wenn ihr in der Zeit vom 11. bis 17. Juni Geburtstag habt, steht ihr direkt unter dem Einfluss der Sonnenfinsternis und die kann eine Wende in eurem Leben anzeigen, sowohl in eurem Beziehungsleben als auch beruflich oder durch einen Umzug. Solche Lebensveränderungen können schon seit drei Monaten im Gange sein oder sich in den kommenden neun Monaten für euch entfalten. Jetzt im Dezember ist es nicht immer leicht, Entscheidungen zu treffen, denn Neptun verklärt viele Situationen, vor allem, wenn ihr jemand Neues kennenlernt. Neue Beziehungen und Begegnungen haben etwas Traumhaftes an sich, aber es kann sich auch als Illusion erweisen. Und das kann auch auf berufliche Begegnungen zutreffen, denn Neptun steht ja in eurem Karrierehaus. Möglich ist auch, dass berufliche Entscheidungen von Vorgesetzten oder Entwicklungen in der Firma, vielleicht auch der Corona-Krise geschuldet, euch verwirren. Zum Glück steht der Mars günstig, macht aktiv und hilft, trotz möglicher Unentschlossenheit selbstsicher aufzutreten. Aber egal, ob es jetzt um euren Job geht oder um private Angelegenheiten, ihr solltet immer dazu stehen, falls ihr nicht durchblickt. Da wird euch keiner böse sein. Übrigens haben wir in den ersten beiden Wochen auch einen günstigen Finanzaspekt. Ihr könnt im Job mit einer Zuwendung rechnen. Möglich ist aber auch ein angenehmes gemeinsames Shopping-Erlebnis mit dem festen Partner. Ab dem 15. Dezember geht die Venus in euer Partnerhaus und aktiviert erneut eure Beziehungsachse. Sie zeigt Chancen oder zumindest den Wunsch nach Geselligkeit mit netten Menschen. Es wird sich zeigen, ob das ein Traum bleiben muss oder wenigstens im kleinen Kreis möglich ist. Schraubt eure Erwartungen nicht zu hoch, damit ihr nicht enttäuscht werden könnt. In der zweiten Monatshälfte lassen die Verwirrungsaspekte erstmal nach und ihr habt den Kopf frei für praktische Dinge und berufliche Verpflichtungen und nicht zuletzt auch, um die Feiertage vorzubereiten. An dieser Stelle noch ein Tipp für eure Gesundheit. Die Spannungsaspekte zu Neptun zeigen, dass euer Immunsystem schwächeln könnte. Ihr solltet auf Nummer sicher gehen und euch gut schützen beziehungsweise einen weiten Bogen um Leute mit Krankheitssymptomen machen. Auch im beruflichen Zusammenhang können euch solche Gefahren begegnen, also passt gut auf. Am 17. Dezember geht der Saturn in den Wassermann und am 19. dann der Jupiter und beide stehen dann für ein beziehungsweise drei Jahre vorteilhaft für euch. Das kann langfristig eine sehr erfolgreiche Phase einläuten, vorausgesetzt ihr habt Vertrauensfragen im Griff und trefft wohlüberlegte Entscheidungen. Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende und die Sonne geht in den Steinbock. Gleichzeitig verbinden sich Saturn und Jupiter zu einer Konjunktion und das ist für uns Astrologen das Zeichen für den Übergang in die Luftepoche, die viele Chancen und Verheißungen für euch bereithält. Mehr über diese wichtigen langfristigen Themen erfahrt ihr ganz ausführlich in meinem Jahrbuch. Über die Weihnachtstage verspürt ihr bestimmt ein großes Bedürfnis, mit Leuten zusammenzukommen. Es wird sich zeigen, inwieweit sich das für euch verwirklichen lässt. Ansonsten werdet ihr andere Wege finden, in Kontakt zu sein, zum Beispiel über Zoom-Meetings oder Apps. Wenn ihr alleinstehend seid, ergibt sich bestimmt eine Möglichkeit, mit jemanden netten zusammen zu feiern. Die Sterne sehen nicht danach aus, als ob ihr alleine bleiben müsstet, wenn ihr es nicht wollt. Für eure festen Beziehungen sieht es recht gut aus, sogar nach angenehmen Überraschungen unterm Weihnachtsbaum. Es kann nur sein, dass jemand aus eurem Freundeskreis die Harmonie stört. Entweder, weil die Person plötzlich Hilfe braucht oder weil einer von euch beiden Zeit mit jemandem verbringen möchte, den der andere nicht so schätzt. Da solltet ihr dann zusammenhalten, also als Partner, denn euer fester Schatz würde sonst zu Vollmond am 30. Dezember sehr empfindlich reagieren. Silvester wird sehr kuschelig und ihr seid stark partnerbezogen. Das ist toll, wenn ihr einen Liebespartner habt. Wenn nicht, schaut euch bei Zeiten nach netter Gesellschaft im kleinen Kreis um. Auch ein interessantes spirituelles Ritual könnte euch Freude machen, vielleicht sogar übers Internet verbunden mit Gleichgesinnten, um das neue Jahr zu begrüßen. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Die Sterne zeigen, dass ihr im Dezember voraussichtlich nochmal richtig viel zu tun habt. Vor allem im Job seid ihr offenbar stark gefordert. Der Mars ist jetzt wieder im Vorwärtsgang in eurem Karrierehaus und die Sonne im Schützen fällt bei euch in den Jobbereich. Also wundert euch nicht, wenn viele Anfragen kommen und man euch vielleicht sogar bittet, Überstunden zu machen und Extraschichten einzulegen. Das kann sich lohnen, um Verluste der letzten Zeit wieder hereinzuholen, aber das ist natürlich auch anstrengend. Vor allem, weil die meisten Krebsgeborenen sich doch sehr gerne der Weihnachtszeit widmen. Aber weil die nun sowieso ganz anders ist als sonst, könnt ihr wahrscheinlich ebenso gut Energie in eure Arbeit oder auch eure Projekte als Selbstständige stecken. Auch Charity und die Teilnahme an Hilfsaktionen würden unter guten Sternen stehen. Sehr schön für euch ist, dass die Venus in den ersten beiden Wochen des Monats aus dem Skorpion heraus liebevolle und lustvolle Aspekte bildet. Das heißt, ihr solltet euch trotz gestiegener Anforderungen auch Zeit für die Liebe nehmen. Partnerschaftsthemen, die in letzter Zeit schwierig waren, lassen sich nun beilegen oder man versteht sich einfach ohne Worte. Ihr könnt auch einfach strittige Themen mal weglassen und stattdessen kuscheln. Das gilt besonders für die Geborenen der dritten Dekade. Gesundheitlich sind einige von euch möglicherweise angeschlagen. Das kann ich aus eigener Erfahrung als Krebsaszendent sagen. Aber da müsst ihr dann geduldig am Ball bleiben und ihr seid eventuell gefordert, eure Selbstheilungskräfte zu aktivieren oder Alternativen zu suchen, denn im Moment sind die Arztpraxen und Krankenhäuser ja überlastet. Außerdem zeigt Neptun die Gefahr von Fehldiagnosen an. Deswegen guckt lieber mal selbst. Die Sonnenfinsternis am 14. Dezember fällt bei euch auf die Heilungsachse des Horoskops und weil das auch ein Neumond ist, steht es vielleicht an, dass ihr verstärkt über Gesundheitsthemen nachdenkt. Traut euch ruhig die Idee zu, dass die Antworten auf viele Gesundheitsfragen in euch selbst schlummern und dass ihr euch vielleicht sogar selbst heilen könnt. Der Tag der Sonnenfinsternis, also der 14., ist allerdings ungeeignet für OPs oder Arztbesuche. Für diejenigen von euch, die fit und gesund sind, zeigen die Konstellationen gute Möglichkeiten, sich in einer wichtigen beruflichen Angelegenheit durchzusetzen und das kann euch sogar einen Bonus einbringen. Am 15. Dezember geht die Venus in den Schützen und aktiviert dann ebenfalls euer Gesundheits- und Alltagshaus. Dann haben wir bis zum 19. einen schönen Heilungsaspekt. Deswegen, wenn Arzt- oder Gesundheitstermine anstehen, dann vielleicht besser in dieser Zeit. Normalerweise wäre das auch eine schöne Konstellation für Weihnachtsfeiern im Büro, doch die fallen ja wahrscheinlich aus. Aber es kommt bestimmt gut an, wenn ihr euch auf andere Weise im Team gegenseitig den Rücken stärkt und eure Wertschätzung zeigt, vielleicht durch ein kleines Geschenk. Wenn ihr selbst in einem Heilberuf arbeitet, werdet ihr wohl den ganzen Monat über viel zu tun haben und in der Zeit vom 14. bis 19. auch herzliche Anerkennung bekommen und erfolgreich sein. Am 17. Dezember geht der Saturn in den Wassermann, gefolgt vom Jupiter am 19. Dezember. Das ist eine spürbare Veränderung der Energie, denn sie stehen dann nicht mehr frontal zur Krebssonne und das kann für eure Partnerschaften eine Beruhigung mit sich bringen. Allerdings verbleibt der Pluto noch weitere drei Jahre im Steinbock und fordert vor allem die Krebse der dritten Dekade zu unterscheiden, welche Menschen und Beziehungen ihnen guttun und welche schädlich sind. Darauf bin ich in aller Ausführlichkeit im Jahrbuch eingegangen. Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende und dann geht die Sonne um 11.02 Uhr in den Steinbock und damit in euer Partnerhaus und aktiviert in den folgenden vier Wochen eure Beziehungsangelegenheiten. Die Sterne zeigen, dass sich Partner und Freunde der Krebsgeborenen etwas Besonderes für sie zu Weihnachten einfallen lassen. Für einige von euch kann es allerdings sein, dass ihr über Weihnachten Überstunden schieben müsst. Dann seid ihr vielleicht für andere da, die eure Hilfe jetzt brauchen. Das kann für die Alleinstehenden unter euch eine gute Alternative sein, dass ihr einfach eure Dienste anbietet. Denn ihr solltet über die Feiertage Kontakt mit Menschen haben und euch gebraucht fühlen. Dann geht es euch gut. Zum Jahresende haben wir am 30. Dezember den Vollmond im Krebs. Der fällt bei euch auf die Beziehungsachse und bildet romantische Aspekte. Genau der richtige Auftakt für ein Silvester-Dinner zu zweit. Und die Singles unter euch könnten ganz überraschend von Freunden eine Einladung erhalten für eine Feier im kleinsten Kreis. Alternativ stehen die Sterne aber auch sehr schön für ein spirituelles Ritual, bei dem ihr euch gedanklich oder auch online mit Gleichgesinnten verbindet. Hallo, ihr wundervollen Löwe-Geborenen und Löwe-Aszendenten. Genießt die ersten drei Wochen des Dezembers so gut wie möglich, denn die Sonne im Schützen versorgt euch mit Kraft, Vitalität und guten Ideen. Und auch der Mars im Vorwärtsgang steht ja günstig zu euch. Beides unterstützt euch dabei, anzupacken und euch einzubringen, wo es nur geht. Die Sterne schenken euch auch eine optimistische Sicht auf die Entwicklung. Deswegen könnt ihr auch anderen helfen, die jetzt ein bisschen den Mut verloren haben. Wenn ihr in organisatorischen Bereichen tätig seid oder als Ärztinnen oder Heiler Verantwortung tragt, seid ihr jetzt sehr gefragt. Und falls in eurem Leben alles normal seinen Gang geht, bringen diese Konstellationen einfach Spaß an der Bewegung, an der frischen Luft oder kreative Ideen für Weihnachtsgeschenke. Für die Singles unter euch sind das auch ganz tolle Flirt-Konstellationen. Soweit das eben jetzt möglich ist. Also, haltet die Augen offen oder probiert es mal über ein Flirt-Portal. Für die Familie und feste Partnerschaften habt ihr besonders in den ersten beiden Wochen schöne Tendenzen und könnt an einem Strang ziehen. Auch häusliche Angelegenheiten oder zurückliegende Auseinandersetzungen mit Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, lassen sich jetzt harmonisch regeln und wieder beilegen. Wenn ihr im Juli Geburtstag habt, gibt es vielleicht mehr Unruhe in eurem Leben und auch kurz vor Weihnachten noch berufliche Planänderungen und unerwartete Entwicklungen in eurer Firma. Aber ihr habt genug Schwung und Zuversicht, um solche Herausforderungen zu meistern. Der Neumond mit der Sonnenfinsternis am 14. Dezember steht günstig zur Löwesonne. Wenn euer Fernweh geweckt wird und ihr große Pläne machen wollt, tut das ruhig und denkt dabei eben weiter in die Zukunft, auch wenn die unmittelbare Bewegungsfreiheit noch eingeschränkt ist. Und schaut euch um. Gut möglich, dass Freunde und Bekannte eure Hilfe brauchen und dann ist es schön, wenn ihr für sie da sein könnt. In der Liebe birgt diese Sonnenfinsternis eine gewisse Gefahr für Verwicklungen. Beispielsweise, weil jemand aus eurem Freundeskreis mehr für euch empfindet als nur Freundschaft. Es kann sich sogar eine vergangene Liebe wieder bei euch melden und je nachdem, wie eure Beziehungssituation aktuell aussieht, kann das für Unruhe sorgen. Doch am 15. Dezember geht die Venus in den Schützen und bildet dann bis zum neuen Jahr wunderschöne Aspekte für euch, sodass ihr Zugang zu den Kräften der Harmonie und Zuversicht erhaltet. Wenn ihr euch jetzt optimistisch, souverän und liebevoll zeigt, werden die Menschen in eurem Umfeld darauf sehr positiv reagieren und euch gern die Führung überlassen. Und dann könnt ihr insgesamt trotz bestehender Unsicherheiten und Einschränkungen eine schöne Weihnachtszeit erleben. Vorher passiert aber noch etwas für euch extrem Wichtiges. Am 17. Dezember wechselt der Saturn in den Wassermann und am 19. dann auch der Jupiter. Beide aktivieren dann längerfristig euer kosmisches Partnerhaus. Jupiter über weite Teile des nächsten Jahres und Saturn sogar für die nächsten drei Jahre. Das sind komplexe Einflüsse, denn Jupiter zeigt Fülle und Freude an und kann euch nächstes Jahr zum Beispiel eine neue Partnerschaft oder eine Hochzeit bringen. Gleichzeitig bringt Saturn eine sehr ernsthafte und prüfende Note hinein. Und dazu kommt die Spannung von Uranus. Dadurch werden wohl einige Beziehungsangelegenheiten auch auf dem Prüfstand stehen und ihr werdet euch und euer Liebesleben teilweise neu definieren und neu erfinden. Auf all das bin ich in meinem Jahrbuch sehr ausführlich und genau eingegangen. Das könnt ihr dort in Ruhe nachlesen und auch für welche Geburtstagskinder das im kommenden Jahr besonders zutrifft. Über Weihnachten braucht ihr euch darüber aber noch keine Gedanken zu machen. Dafür sorgt der liebevolle Venus-Einfluss. Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende und die Sonne geht in den Steinbock. Die Sterne aktivieren dann stark den Berufs- und Karrierebereich eures Horoskops sodass vor allem die Juli-Löwen über die Feiertage viel Verantwortung haben und vielleicht auch beruflich eingespannt sind. Aber das macht ihr dann vermutlich sogar gerne denn ihr spürt wie viel ihr jetzt bewegen könnt besonders die Ärztinnen und Heilerinnen unter euch. Davon abgesehen sind die Tendenzen über Weihnachten harmonisch. Das solltet ihr genießen so gut es geht. Zu Silvester hin könnte es Unklarheiten mit euren Lieben geben ob und wie ihr feiern wollt. Wahrscheinlich haben wir eh nicht viele Möglichkeiten deswegen lasst es darüber nicht zu Missverständnissen kommen. Die Single-Löwen finden dagegen Mittel und Wege sich zu amüsieren oder ganz einfach auszuspannen. Der Vollmond am 30. Dezember aktiviert den spirituellen und gesundheitlichen Bereich eures Horoskops und so werden manche von euch nach einem sehr bewegten und einsatzreichen Dezember einfach froh sein wenn sie es sich gemütlich machen können und ohne besondere Anforderungen und Anstrengungen gut ins neue Jahr kommen. Hallo ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten für euch ist viel los am Sternenhimmel vor allem seitens der Familie oder fester Partner werden offenbar einige Erwartungen an euch gestellt. Ihr könnt den Ball aber zurückspielen und euren Schatz auch mit einspannen wenn ihr es schafft Aufgaben abzugeben auch wenn andere die vielleicht nicht ganz so perfekt erledigen können wie ihr hilft man euch gerne. Also nehmt die Zügel in die Hand und verteilt Aufträge dann könnt ihr zusammen mit euren Lieben die in der Vorweihnachtszeit anstehenden Aufgaben gut gemeinsam stemmen. Vielleicht überlegt ihr auch eure Eltern zu besuchen oder euch um bedürftige Familienmitglieder zu kümmern und da hättet ihr dann auch Freude dran. Also ich habe vor kurzem meine Mutter besucht und dafür einen günstigen Covid-Schnelltest gemacht einfach um das gute Gefühl zu haben meine Mutter keiner Gefahr auszusetzen das käme vielleicht für euch auch in Frage. Bis zur Monatsmitte unterstützt euch ein liebevoller Einfluss der Venus bei euren Vorhaben sie macht euch empathisch und ihr findet stets die richtigen Worte im richtigen Moment. Beruflich sind die Tendenzen in der ersten Monatshälfte günstig wenn ihr jetzt im Dezember noch Verhandlungen habt oder jemanden von etwas überzeugen wollt solltet ihr die Zeit bis zum 11. Dezember dafür nutzen danach kann es zu Unklarheiten und Missverständnissen kommen. Beruflich sind die Sterne in der zweiten Monatshälfte vor allem für diejenigen günstig die selbstbestimmt oder kreativ arbeiten können. Ansonsten wäre es ideal wenn ihr dann Urlaub nehmen oder einfach Dienst nach Vorschrift machen könntet. In der Liebe seid ihr stark von Neptun beeinflusst. Der steht ja langfristig in eurem Partnerhaus und hat schon bei vielen von euch für romantische Verwicklungen gesorgt und tut das auch weiterhin. Jetzt im Dezember ist er stark aktiviert und kann euch zum Beispiel hingebungsvolle Verehrerinnen oder Verehrer bescheren manchmal sogar mehrere gleichzeitig. Das ist natürlich sehr schmeichelhaft kann aber von anderen wichtigen Sachen ablenken. Wenn ihr Single seid habt ihr für die Weihnachtszeit möglicherweise mehrere Anfragen von Flirtkandidaten die mit euch die Feiertage verbringen wollen. Das ist alles wunderbar solange es euch nicht zu viel wird oder durcheinander bringt. Man muss leider auch sagen dass der Spannungsaspekt von Neptun auf eure Sonne auch eine Infektionsgefährdung anzeigen kann. Passt also gut auf euch auf haltet sorgfältig alle Schutzmaßnahmen ein und meidet privaten Kontakt mit Leuten die Krankheitssymptome haben. Der Neumond am 14. Dezember mit der Sonnenfinsternis fällt bei euch in den privaten Bereich der Familie. Wenn ihr Single seid müsst ihr euch dann vielleicht entscheiden zwischen Weihnachten mit einem Flirtkandidaten oder mit Familienmitgliedern die auf euren Einsatz und eure Hilfe hoffen. Andererseits stärkt dieser Neumond eure bestehenden Partnerschaften und zeigt besonders für die Frauen unter euch einen entschlossenen Partner an der euch im Zweifelsfalle deutlich sagt wo ihr hingehört. Deswegen wenn mehrere Parteien Anspruch auf euch erheben solltet ihr nicht alle durch Zaudern und Zögern verrückt machen. Werdet euch darüber klar was ihr wollt und kommuniziert das auch klar und deutlich dann habt ihr die größten Chancen auf harmonische Weihnachten. Ihr könnt es nicht allen recht machen aber ihr macht es für alle leichter wenn ihr selbst eine Entscheidung trefft und dann auch dazu steht. Am 15. Dezember geht die Venus in den Schützen und aktiviert bis zum Jahresende euer gemütliches Heim. Das zeigt die Chance auf harmonische Feiertage auch wenn ihr euch vielleicht innerlich zwischendurch woanders hinträumt. Am 17. und 19. Dezember verlassen Saturn und Jupiter den für euch günstigen Bereich des Steinbocks und gehen in den Wassermann. In den kommenden ein bis drei Jahren kann es dann sein dass ihr in eurem Arbeitsumfeld stärker gefordert seid oder Anpassungen vornehmen müsst um euch bei der Arbeit wohlzufühlen. Darauf bin ich ausführlich in meinem Jahrbuch eingegangen. Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende und die Sonne geht um 11. in den Steinbock. Sie steht dann für vier Wochen günstig und zeigt über Weihnachten positive Überraschungen an. Vielleicht besonders originelle Geschenke oder die Möglichkeit doch noch eine Reise zu unternehmen. Vielleicht melden sich auch überraschend Freunde die weit weg leben. Zu Silvester hin haben wir am 30. Dezember den Vollmond im Krebs der in euch den Wunsch nach Lebensfreude weckt. Möglicherweise gibt es dann wieder ein Tauziehen darum mit wem ihr ins neue Jahr geht oder feiert. Lasst euch nicht so etwas überreden was ihr nicht wollt. Die Planeten im Steinbock machen euch stark. Deshalb folgt eurem Herzen und tut natürlich im Rahmen der der derzeitigen Auflagen das wozu ihr Lust habt und was sich für euch richtig anfühlt. Hallo ihr wunderbaren Vage Geborenen und Vage Aszendenten. Die günstigen Aspekte der Schützesonne und auch der Merkur im Schützen bringen im Dezember viele Vorteile für euch. In Beziehungsangelegenheiten kommt nun eine vorwärtsgerichtete Dynamik, das heißt Dinge lassen sich klären. Auch heiße Diskussionen kommen zu einem Ergebnis und können dazu führen, dass beide aktiv an einem Strang ziehen. Und falls euer Partner beispielsweise erkrankt ist oder andere Probleme hat, die eure Aufmerksamkeit beanspruchen, könnt ihr nun gemeinsam Fortschritte erzielen und Verbesserung oder sogar Heilung ist in Sicht. Für Singles sind die Aspekte ziemlich prickelnd, vor allem für die vage Damen zeigt der Mars temperamentvolle Verehrer an, die sich womöglich nicht von irgendwelchen Hygienevorschriften davon abhalten lassen, Kontakt mit euch aufzunehmen. Aber da solltet ihr vorsichtig sein, denn auf eure Gesundheit müsst ihr achten. Eure Herrscherin, die Venus, verbringt die ersten zwei Wochen im Skorpion in eurem Geldhaus und bildet günstige Aspekte. Es kann also durchaus sein, dass es finanziell gut läuft oder dass Zuwendungen hereinkommen. Gut möglich zum Beispiel, dass sich Familienmitglieder erkenntlich zeigen, da ihr euch so eingesetzt habt und das oft unter widrigen Bedingungen. Vielleicht werden auch endlich mal längst überfällige Worte der Liebe und Anerkennung ausgesprochen. Auch im Job ist ein Bonus für eure guten Leistungen drin. Wenn ihr weiterhin ins Büro geht, müsst ihr ab dem 9. Dezember und bis Weihnachten besondere Vorsicht walten lassen und alle Hygieneregeln strikt einhalten. Das gilt besonders für die vage Aszendenten, denn bei euch steht der Neptun im Gesundheitshaus und wird diesen Monat ab dem 9. stark aktiviert. Das kann schon eine Gefährdung durch Viren und Bakterien anzeigen. Also seid vorsichtig oder überlegt lieber im Homeoffice zu arbeiten, wenn es möglich ist. Sehr gut stehen die Sterne für alle Wagen, die kreativ mit Wort und Sprache arbeiten oder mit Kommunikation zu tun haben, vor allem wenn es Sachen sind, die online laufen. Ihr seid sehr inspiriert und habt bis zu den Feiertagen ausgesprochen gute Ideen. Wenn die sich nicht umsetzen lassen, solltet ihr sie auf jeden Fall aufschreiben, denn diese Einfälle können euch auch im neuen Jahr noch was nützen. Darauf weist auch der Neumond am 14. Dezember hin, der bei euch in den Bereich Ideen, Lernen, Wissenserwerb, Kommunikation und Marketing fällt. Dieser Neumond ist zugleich auch eine Sonnenfinsternis und es kann gut sein, dass Menschen in eurem Umfeld nervös sind und Hilfe brauchen, weil sich Besuchenden. Auch Nachbarn oder Geschwister sind dankbar für eure Unterstützung. Am 15. Dezember wandert die Venus in den Schützen. Das ist erfreulich für euch, denn sie bildet dann bis zum Jahresende positive Aspekte und ihr seid trotz der aktuellen Schwierigkeiten optimistisch und voller Hoffnung für das neue Jahr. Und dazu habt ihr auch allen Grund, denn am 17. und am 19. wechseln die Erfolgsplaneten Saturn und Jupiter in den Wassermann, wo sie dann für die nächsten ein- beziehungsweise drei Jahre sehr positiv für euch stehen. Dann beginnt eine längere Phase, in der eure Bemühungen Früchte tragen und gleichzeitig ein großer Teil von Druck und Verantwortung der letzten Jahre von euch abfällt. Wenn ihr spät im Oktober Geburtstag habt, steht ihr familiären Bereich anzeigen kann. Und darauf bin ich ganz ausführlich in meinem Jahrbuch 2021 eingegangen, auch für welche Geburtstagskinder das im Besonderen gilt. Am 21. Dezember um 11. 2 geht die Sonne in den Steinbock und dann ist Wintersonnenwende. Die Sonne beleuchtet beim Vage-Kollektiv für die kommenden vier Wochen dann den familiären und privaten Bereich des Horoskops, bildet allerdings erst mal Spannungsaspekte zu eurem Partnerhaus. Das bedeutet, dass ihr vielleicht hin und her gerissen seid, ob ihr Weihnachten mit einem Liebes- oder Flirtpartner verbringen wollt oder mit Familienmitgliedern, die euch gerne um sich haben möchten. Für Wagen in fester Beziehung sieht es dagegen nach erfreulichen Überraschungen aus, als ob sich eure Lieben richtig was für euch einfallen lassen würden. Trotzdem kann es stressige Momente geben, aber dank der günstigen Venus könnt ihr das wohl ausgleichen oder einfach gar nicht an euch heranlassen. Zu Silvester hin haben wir einen Vollmond am 30. Dezember im Krebs, der könnte euch schlaflose Nächte bereiten, aber auch besondere Eingebungen bescheren. Vielleicht solltet ihr auch plötzlich im Job einspringen, aber davon würden die Sterne abraten, geht am besten gar nicht ans Telefon. Am Silvesterabend fällt es euch total schwer Entscheidungen zu treffen. Deshalb solltet ihr lieber schon vorher in Ruhe planen, wie und mit wem ihr ins neue Jahr starten wollt. Hallo ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion Aszendenten. Noch zwei Wochen steht Liebesgöttin Venus bei euch in eurem Zeichen und verleiht euch eine liebenswürdige und tiefgrünige Ausstrahlung. Trotz der bestehenden Einschränkungen könnt ihr euch wahrscheinlich über mangelnden Zuspruch nicht beklagen, privat wie auch beruflich. Die Menschen suchen euren Rat, weil sie wissen, dass ihr Dinge gut einschätzen könnt. Das ist besonders günstig, wenn ihr in einer beratenden Tätigkeit seid oder mit Entscheidungen oder Organisation zu tun habt. Man wendet sich an euch und hofft, dass ihr durchblickt und den anderen sagen könnt, wo es lang geht. Es ist gut in Anspruch nehmen möchte, auch im neuen Jahr. Auch wenn ihr Produkte verkauft, die jetzt gefragt sind, könnt ihr damit noch mal richtig Umsätze machen. Deswegen solltet ihr eurer Tätigkeit nachgehen und auch alle Online-Möglichkeiten nutzen, um im Geschäft zu bleiben. Ihr habt nämlich günstige Finanzsterne im Dezember und könnt euch selbst und anderen so manchen Weihnachtswunsch erfüllen. Für die Liebe sind die Tendenzen ziemlich prickelnd. Wenn ihr Single seid, nutzt ruhig das Internet oder Flirt Apps zum Anbundeln. Da müsste was gehen. Selbst wenn man sich jetzt noch nicht direkt treffen kann, vom Horoskop her ist es durchaus möglich, dass einige von euch unterm Weihnachtsbaum über WhatsApp oder andere Online-Kanäle wild am Flirten sind. In eurem Partnerhaus stehen nämlich Lilith und Uranus zusammen und zeigen interessante und eigenwillige Partnerkontakte an. Es ist zwar nicht gesagt, dass daraus etwas Langfristiges werden kann, aber es kann euch zumindest gut ablenken und auch ein bisschen Spaß bringen. Ihr habt auch gute Aspekte für Zärtlichkeit und Romantik, wenn ihr in einer festen Partnerschaft lebt, besonders in den ersten beiden Wochen des Monats. Deshalb nehmt euch Zeit für die Liebe und um das gute Band zwischen euch zu festigen. Der Neumond mit der Sonnenfinsternis am 14. Dezember fällt beim Skorpion Kollektiv auf die Werteachse. Was ist euch wichtig? Woraus bezieht ihr euren Selbstwert? Mehr aus der Arbeit oder mehr aus eurem Privatleben oder aus eurer schöpferischen Tätigkeit? Solche Fragen kann der Neumond ins Bewusstsein rücken. Der 14. Selbst ist übrigens ungünstig, um ein Finanzgeschäft anzufangen. Aber ab dem 15. geht die Venus in den Wertebereich eures Horoskops in den Schützen. Danach ist die Zeit bis zu den Feiertagen gut für finanzielle Projekte oder auch zum Weihnachts Shopping. Übrigens gleichzeitig auch für gesundheitliche Themen. Ein Zuschuss für eine Heilanwendung könnte dann bewilligt werden oder ihr bekommt endlich einen wichtigen Termin bei eurem Arzt oder Heilpraktikerin. Am 17. und 19. gehen Saturn und Jupiter in den Wassermann und das ist für euch sehr bedeutend. Viele Abläufe in eurem Leben werden sich dadurch ändern und es kommen auch einige Herausforderungen auf euch zu. Die können zum Beispiel mit eurem Beziehungsleben und eurer Wohnsituation zu tun haben. Vielleicht steht nun ein Umzug an oder jemand zieht aus oder ihr kauft euch ein neues Haus oder in eurer Beziehung verändert sich ganz viel. Ich bin darauf sehr ausführlich in meinem Jahrbuch 2021 eingegangen. Da könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen, auch welche Geburtstagskinder 2021 von diesen Aspekten betroffen sind. Am 21. Dezember um 11. 2 ist Wintersonnenwende und die Sonne geht in den Steinbock. Kurz darauf auch der Merkur. Gemeinsam stehen sie dann günstig zu euch und aktivieren eure Überzeugungskraft und eure geistigen Fähigkeiten. Und so werden sich wahrscheinlich einige von euch trotz Weihnachten und Feiertagen zwischendurch auch zurückziehen, um Ideen festzuhalten und über die Zukunft nachzudenken. Es kann auch eine Anregung sein, über Weihnachten endlich mal Leute anzurufen, mit denen ihr schon länger nicht mehr gesprochen habt. Das lohnt sich nicht nur für euch privat, sondern durch diesen Austausch können sich auch interessante berufliche Perspektiven ergeben. Falls ihr euch schon länger nicht mehr bei euren Geschwistern gemeldet habt, solltet ihr die Feiertage unbedingt auch dafür nutzen. Und wenn ihr Single seid, habt ihr wahrscheinlich jemanden, mit dem ihr hin und her schreiben könnt. Und das kann sich auch bis Neujahr noch fortsetzen. Der Vollmond im Krebs am 30. Dezember steht harmonisch für euch. Doch in der Silvesternacht können Spannungen in der Luft liegen, nicht mehr ändern. Die meisten übrigen Konstellationen sind harmonisch für euch. Deshalb werdet ihr Mittel und Wege finden, eine interessante Silvesternacht zu verbringen, sei es im Kreise der Familie, als romantisches Dinner oder mit ausgewählten Freunden. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Dezember Geburtstag habt. Und den solltet ihr auch feiern, selbst wenn man jetzt gerade nicht die Megapartys veranstalten kann. Die Sonne und der Merkur stärken eure Vitalität und Kontaktfreude und der Mars unterstützt euch dabei, wenn ihr die Initiative ergreift. Ihr könntet zum Beispiel eure Freunde einladen, bei einem Zoom-Meeting mit euch auf euren Geburtstag anzustoßen. Ich habe sowas im Sommer zu unserem ersten Hochzeitstag gemacht mit 30 Leuten und mein Mann und ich waren da auch gerade getrennt eben wegen Covid und wir haben aus Amerika und Deutschland an diesem Zoom-Meeting teilgenommen und es war eine ganz tolle Erfahrung. Selbst online ist es schön, Freunde und Familie wiederzusehen, vor allem die, die weiter weg wohnen und die meisten Schützen haben ja ein großes, wenn nicht internationales Netzwerk. Manche von euch ziehen sich vielleicht auch lieber zurück und feiern im Stillen oder mit lieben Familienmitgliedern, denn ihr habt in den ersten beiden Wochen des Monats einen Romantik Aspekt, der sich eher im Rückzug oder in den eigenen vier Wänden entfaltet. Insgesamt stehen die Sterne für euer Beziehungsleben ziemlich spannend, denn nach der Mondfinsternis vom 30. November fällt nun auch die Sonnenfinsternis vom 14. Dezember auf eure Beziehungsachse. Da kann sich einiges für euch tun nicht, dass das doch im Moment wegen Corona Maßnahmen gar nicht geht. Wenn das für euch im kosmischen Plan vorgesehen ist, dann wird euch die Liebe auch finden. Die Sterne stehen zum Beispiel gut, um euch viel an der frischen Luft aufzuhalten und Sport zu treiben und diejenigen von euch, die einen Hund haben, können darüber ins Gespräch kommen. Wenn ihr fest liiert seid, ist das der richtige getroffen werden müssen, darüber auszutauschen. Für die Geburtstagskinder vom 10. bis 18. Dezember kann die Sonnenfinsternis größere Veränderungen im Leben anzeigen, nicht nur in den Beziehungen, auch beruflich oder bezüglich eures Wohnortes, zum Beispiel, weil vielleicht ein Umzug ansteht. Und das sind Themen, die vielleicht schon seit drei Monaten in eurem Bewusstsein sind oder sich auch in den kommenden neun Monaten noch entwickeln können. Und es kann gut sein, dass solche Veränderungen durch euren Partner angestoßen werden. Vielleicht weil der einen Jobwechsel hat oder andere Lebensumstände sich beim Partner verändern, die auch euer Leben beeinflussen. Die Sonnenfinsternis aktiviert auch den Verschleierungsplaneten Neptun. Das sieht man deutlich an diesem Dreieck hier. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass ihr euch um Klarheit bemüht, vertrauensvoll und offen miteinander umgeht und keine Geheimnisse zurückhaltet, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die auch andere Leute betreffen. Hilfreich ist, dass die Venus am 15. Dezember in den Schützen geht und bis Jahresende günstige und positive Schwingungen in euer Leben bringt. Dadurch könnt ihr die große Perspektive und das Positive in der ganzen Sache sehen. Und es gibt noch eine mächtige langfristige günstige Tendenz für euch. Am 17. und am 19. Dezember wandern erst Saturn und dann Jupiter in den Wassermann. Sie bilden dann für die nächsten ein beziehungsweise drei Jahre stärkende Aspekte zu eurer Sonne und helfen euch dabei wichtige Pläne und Projekte mit Optimismus und Zielbewusstsein zu verfolgen. Die ausführliche Deutung dieser Tendenzen findet ihr in meinem Jahrbuch. Am 21. Dezember um 11. Uhr ist Wintersonnenwende. Dann verlässt die Sonne euer Zeichen und geht in den Steinbock. Interessanterweise habt ihr dann über die Feiertage besonders günstige und auch überraschende Finanz- und Jobaspekte und erhaltet vielleicht sogar Anfragen, einzuspringen oder auszuhelfen. Wenn ihr also nicht feiern wollt oder alleinstehend seid, könnte es eine Option für euch sein, einfach eine Extraschicht einzulegen und euch damit einen Bonus zu verdienen. Aber dank der Venus in eurem Zeichen zeigt sich auch viel Harmonie über Weihnachten, falls ihr mit lieben Menschen zusammen feiern wollt. Zum Jahresende hin können Themen wie Veränderungen in Beziehungen, eine neue Seelenpartnerschaft oder Vertrauensfragen noch einmal hochkommen. Einige von euch wirken unentschlossen oder euer Partner hat vielleicht das Gefühl, dass ihr von jemand anderes träumt. Der Vollmond am 30. Dezember im Krebs sendet Energie in eure festen Partnerschaften und zeigt, dass euer Schatz besonders empfindsam ist, wenn ihr unklare Signale sendet. Konzentriert euch also nicht auf die Situationen, die noch unsicher sind, sondern auf das, worin ihr euch sicher seid und die Menschen, denen ihr vertrauen könnt. Dann erhaltet ihr Zuspruch von denen, die euch lieben und könnt einen schönen, wenn auch für euren Geschmack vielleicht zu ruhigen Übergang ins neue Jahr erleben. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Dezember Geburtstag habt. Noch den ganzen Monat über steht der Mars in Spannung zu eurem Zeichen und zeigt viel Stress und viele Aufgaben und zwar besonders für die Geborenen der dritten Dekade. In den ersten beiden Wochen des Dezembers wird das aber abgemildert durch liebevolle Aspekte von Venus und Neptun. Die sprechen dafür, dass ihr Hilfe von guten Freunden bekommt und dass ihr euch nicht scheuen solltet, darum zu bitten, wenn es nötig ist. Beruflich sind ja viele Steinböcke weiterhin auf Erfolgskurs, müssen aber aufpassen, dass das Ganze nicht mit zu großen gesundheitlichen Opfern erkauft wird. Da kommt es Pluto und Chiron Spannungen für euch ist. Deswegen achtet ein bisschen auf die Signale eures Körpers und eurer Psyche. Wenn ihr euch fit fühlt, könnt ihr Gas geben, aber wenn ihr zwischendurch schwächelt und merkt, dass ihr Pausen oder Zuspruch braucht, dann solltet ihr darauf Rücksicht nehmen. Es kann nämlich durchaus sein, dass ihr euch öfter schlapp und erschöpft fühlt und mehr und können euch eine wertvolle Stütze sein. Singles haben in den ersten beiden Wochen des Monats interessante Flirtsterne, aber die Frage ist, ob ihr Lust und Kraft habt, euch um Flirtkontakte zu bemühen, was ja zur Zeit nicht einfach ist. Internet und Flirt-Apps sind durchaus vielversprechend, aber ihr seid auf der Suche nach etwas Wahrhaftigem und Authentischen. Wenn ihr festliiert seid, besteht eine Ihr solltet bewusst aufmerksam und liebevoll mit eurem Schatz umgehen. Das könnt ihr nämlich, wenn ihr nur wollt. Einen Wendepunkt diesen Monat stellt der Neumond im Schützen am 14. Dezember dar, der zugleich auch eine Sonnenfinsternis ist. Für das Steinbock Kollektiv fällt diese Konstellation auf die Heilerachse und den spirituellen Bereich und tags darauf wandert auch die Venus in den Schützen. Beides kann bei euch zu einem Wunsch nach Rückzug und Geborgenheit führen und euch bewusst machen, wie sehr ihr vielleicht das ganze Jahr Raubbau an eurer Gesundheit betrieben habt. Wenn ihr gesundheitlich fit seid, kommen vielleicht andere Themen aus der Vergangenheit hoch, die euch nun beschäftigen und ihr denkt darüber nach, was ihr im kommenden Jahr besser machen wollt. Sehr inspirierend ist diese Konstellation, wenn ihr auch wenn es in den vergangenen Monaten Stress in der Familie oder eurem Wohnraum gab, stehen die Zeichen nun auf Entspannung. Ihr zieht nun wieder mehr an einem Strang und habt vielleicht Freude daran, euer Heim weihnachtlich zu dekorieren oder Geschenke zu basteln. Ihr solltet gemeinsame Aktivitäten in der Familie anstreben, zum Beispiel einen Ausflug in die winterliche Natur oder ein gemeinsames Sportprogramm oder schlichtweg zusammen aufräumen oder renovieren. Das würde alles unter guten Sternen stehen. Am 17. und 19. Dezember verlassen erst Saturn und dann Jupiter den Steinbock und ziehen weiter in den Wassermann. Dann sind die drei Jahre mit Saturn ausgestanden. Beide gehen dann für ein beziehungsweise drei Jahre durch euer Geldhaus. Das bedeutet einerseits finanziellen Zuwachs, doch andererseits auch die Notwendigkeit, Rücklagen zu bilden und Kosten zu reduzieren. Ich habe das in meinem Jahrbuch ganz ausführlich beschrieben. Am 21. Dezember um 11. Uhr ist Wintersonnenwende und dann geht die Sonne in den Steinbock und stärkt vier Wochen eure Vitalität und Lebenskraft. Weil voraussichtlich nicht viele Möglichkeiten zum Feiern bestehen, kann ich euch nur empfehlen, zum Geburtstag einen Umtrug als Zoom-Meeting in Erwägung zu ziehen. Ich habe das zu meinem Hochzeitstag im Sommer gemacht und es war eine sehr schöne Erfahrung. Vor allem die Dezember Steinböcke sind trotz schwieriger Situation in Feierlaune und dürfen sich über die Festtage und zu ihrem Geburtstag auf nette Überraschungen seitens der Familie oder ihrer Freunde freuen. Wenn ihr um Mitte Januar herum Geburtstag habt, dann liegt zum Jahresende noch mal Stress in der Luft. Lasst euch nicht provozieren, auch wenn ihr im Recht seid. Geht lieber öfter mal an die frische Luft und treibt Sport oder macht etwas für euch. Am 30. Dezember haben wir einen Vollmond im Krebs, der fällt auf eure Beziehungsachse und hat einen romantischen Einfluss auf euer Liebesleben. Zu Silvester bleibt ihr wahrscheinlich zu Hause und seid vernünftig, obwohl einige von euch auch Lust auf etwas Ausgefallenes haben. Angesichts bestehender Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen solltet ihr dann vorher schon nach kreativen Möglichkeiten Ausschau halten, ins neue Jahr zu feiern. Hallo ihr wunderbaren Wassermann Geborenen und Wassermann Aszendenten. Eine Reihe von kosmischen Einflüssen stärkt euch jetzt den Rücken und bringt euch Schwung und Zuversicht. Eure Gedanken sind klar und fokussiert und es gelingt euch andere von euren Ideen zu überzeugen. Wenn ihr in einem Heilberuf tätig seid, könnt ihr jetzt einen Durchbruch bei Patienten oder Klienten erzielen. Finanziell sieht es bis zum 8. Dezember ebenfalls gut aus. Für den Rest des Monats raten die Sterne dagegen zur Vorsicht, vor allem bei Spontankäufen oder wenn ihr Geld für euren Spaß oder euer Vergnügen ausgeben wollt. Auch wenn es darum geht, Freunden Geld zu leihen oder sich selbst etwas zu borgen, können undurchschaubare Situationen entstehen oder ihr verschätzt euch. Es wäre auch günstig, wenn ihr Weihnachtsgeschenke noch bis zum 8. kaufen würdet, aber die meisten Wassermann Geborenen sind da eher spontan und ziehen ganz kurz von dem Fest noch schnell los, um was zu besorgen. Beruflich sieht die Zeit bis Weihnachten insgesamt recht positiv aus. Wenn ihr also noch Projekte und Vorhaben habt, könnt ihr noch einiges geschafft kriegen. Ihr solltet auch eure Freundschaften pflegen und sei es nur durch Anrufe, bei denen ihr euch mal erkundigt, was bei euren Freunden so läuft. Für die Liebe sind die Tendenzen im Prinzip gut, vor allem für die Singles unter euch verheißt langfristig der Mondknoten die Möglichkeit eine schöne Romanze oder Affäre anzufangen. Aber im Moment ist das ja alles nicht so einfach. Haltet trotzdem mal die Augen offen oder surf dem Internet, wenn ihr mögt. Da kann sich trotz widriger Umstände etwas ergeben. Bei einigen von euch, das betrifft vor allem die Januar- Wassermann- geborenen, gilt ja langfristig, dass Uranus vieles im Leben verändert und jetzt gesellt sich auch noch die Lilith dazu. Und das kann natürlich besonders eure festen Beziehungen betreffen, weil dann eben auch noch andere damit zu tun haben. Und so kommt es dann vielleicht bei euch zu unruhigen Entwicklungen in eurem Privat- und Familienleben. Denkbar sind zum Beispiel Auseinandersetzungen darum, wer mit wem feiert, etwa bei Patchwork-Familien oder auch einfach, wer welche Vorstellungen davon hat, wie das Weihnachtsfest unter diesen besonderen Bedingungen zu Feiern ist. Immer wieder geht es darum, wer wie viel Freiraum erhält. Vielleicht seid ihr aber auch gerade aus- oder umgezogen und deswegen ist alles sehr unruhig. Die übrigen Wassermann-Geborenen haben harmonische Tendenzen, aber natürlich hängt es auch von eurem jeweiligen individuellen Geburtshoroskop ab, wie viel Stress ihr von Uranus und Lilith empfangt. Ein wichtiger Wendepunkt ist der Neumond am 14. Dezember im Schützen, der zugleich auch eine totale Sonnenfinsternis ist. Für euch steht er günstig im Haus der Freundschaften, aber die Finsternis zeigt an, dass Themen der Vergangenheit hochkommen können, die euch zu denken geben. Vielleicht meldet sich eine längst vergessene Person, mit der ihr mal befreundet wart und das löst seltsame Gefühle in euch aus. Vielleicht ist es auch jemand aus eurem beruflichen Netzwerk, an den ihr schon lange nicht mehr gedacht hattet. Möglich auch, dass ihr von Freunden in Not um Hilfe gebeten werdet. Das ist alles machbar, solange es dabei nicht um Finanzielles geht. Das solltet ihr, wie gesagt, von Freundschaft strikt trennen. Und wenn es sich nicht vermeiden lässt, müsst ihr einen ganz klaren Vertrag machen. Doch ihr könnt das Positive wir in allem sehen. Dabei hilft euch die Venus. Sie geht am 15. Dezember in den Schützen und zeigt, dass ihr und eure Freunde grundsätzlich wertschätzend miteinander umgeht. Am 17. und 19. Dezember gehen die Erfolgsplaneten Saturn und Jupiter in euer Zeichen Wassermann. Das ist eine große Sache für euch, denn nun beginnt eine ein- bis dreijährige Phase mit mehr Erfolg, mehr Geld, Darauf bin ich ganz ausführlich in meinem Jahrbuch eingegangen. Das solltet ihr lesen und euch aus diesem besonderen Anlass vielleicht auch eine Beratung gönnen. Am 21. Dezember um 11. 2 ist Wintersonnenwende und dann geht die Sonne in den Steinbock. Sie aktiviert dann beim Wassermann-Kollektiv das 12. Haus der Spiritualität, was gut zu den Feiertagen passt. Vor allem die spirituell Arbeitenden unter euch werden sicherlich die Zeit über Weihnachten und zwischen den Jahren nutzen, um geistige Arbeit zu leisten und gute Impulse in die Welt zu senden, die wir jetzt dringend brauchen. Auch die häusliche Unruhe kann sich legen, wenn ihr selbst durch Meditation und innere Ruhe mit gutem Beispiel vorangeht. Insgesamt sind die Konstellationen über Weihnachten und Neujahr harmonisch und der Vollmond am 30. Dezember sendet noch mal gute Energien für alle Spirituellen unter euch. Am Silvesterabend sind die Aspekte unruhig und ihr spürt vielleicht Ärger aufkommen, dass ihr nicht feiern oder ausgehen könnt, wie ihr wollt. Deswegen raten euch die Sterne, euch bei Zeiten etwas Originelles und Schönes zu überlegen, wie ihr diesen Abend verbringen wollt und dann auch dazu zu stehen. Hallo ihr fabelhaften Fische Geborenen und Fische Aszendenten. Die ersten beiden Wochen des Monats könnt ihr noch mal richtig produktiv sein und bis zum 8. Dezember habt ihr auch sehr gute Finanzaspekte. Wenn ihr noch finanzielle Vorhaben eintüten oder zum Abschluss bringen wollt, solltet ihr das bis dahin erledigen. Danach wird Verschleierungsplanet Neptun sehr stark aktiv in eurem Horoskop und das kann zu Fehleinschätzungen sowohl finanzieller als auch persönlicher Situationen führen. Deshalb wäre es günstig, wenn ihr für den Rest des Monats keine heiklen Entscheidungen mehr treffen müsstet, jedenfalls nicht in Situationen, die euch unsicher oder undurchschaubar erscheinen. Bei Angelegenheiten, die geklärt sind, habt ihr dagegen einen guten Lauf. Der Mars im Geldhaus legt euch sogar nahe, gehen. Je klarer und deutlicher ihr eure Forderungen formuliert, desto größer die Erfolgschancen. Das gilt übrigens auch beim Einkaufen und Verhandeln. Wenn ihr euch dagegen scheu und unsicher verhaltet, könnte man versuchen, euch zu übervorteilen oder euch zu Dingen zu überreden, die ihr gar nicht machen wollt. Die Venus steht noch bis Mitte des Monats ganz wunderbar für euch. Das verheißt romantische Momente, wenn ihr einen Liebespartner habt. Aber auch, falls ihr gerade flirtet, seid ihr sehr inspiriert, heiße Liebesnachrichten zu verschicken und dadurch eure Flirtpartner schier um den Verstand zu bringen. Selbst wenn vielleicht ein persönliches Treffen unmöglich ist. Aber für Fische Geborene spielt sich ja vieles in der Fantasie ab. Deswegen könnt ihr vielleicht besser als viele andere damit leben, dass im Moment Dinge in der Schwebe bleiben müssen und nicht konkret werden können, einfach weil man sich nicht so treffen und bewegen kann, wie man möchte. Schön stehen die Sterne auch, wenn ihr kreativ mit Wort und Sprache arbeitet und ihr seid auch sehr einfallsreich damit, euch schöne Weihnachtsgeschenke zu überlegen. Sehr wichtig ist für euch der Neumond im Schützen am 14. Dezember, der zugleich auch eine totale Sonnenfinsternis ist. Diese Konstellation fällt bei euch ins Karrierehaus und bildet gleichzeitig Verwirraspekte zu Neptun. Und an diesem Tag solltet ihr möglichst kein neues berufliches Vorhaben starten. Aber ihr seid angeregt, über euren weiteren Lebensweg nachzudenken. Richtet dabei die Aufmerksamkeit ruhig auf die Vergangenheit und wie euer bisheriges Verhalten euren jetzigen Weg beeinflusst. Und bezieht dabei auch die Gedanken an eure Familie und eure Herkunft mit ein. Es kann zunächst sein, dass ihr eine Unsicherheit darüber empfindet, ob ihr auf dem richtigen Weg seid. Dann lasst das erst mal so stehen und schreibt euch das auf, denn dieser Unsicherheitsaspekt hält noch bis Neujahr an. In dieser Zeit solltet ihr nichts erzwingen, sondern einfach nur Ideen sammeln. Das lässt sich dann im Januar viel besser für euch sortieren. Vor allem wenn ihr künstlerisch arbeitet. Vielleicht bekommt ihr sogar noch ein paar wichtige Aufträge, die euch richtig Spaß machen. Am 17. und 19. Dezember gehen Saturn und Jupiter ins Zeichen Wassermann und wandern dann für die nächsten ein bzw. drei Jahre durch euer zwölftes Haus der Spiritualität. Wenn ihr spirituell arbeitet, ist es eine große Sache, denn ihr nehmt dann diese Berufung zunehmend ernst Davon abgesehen kann Jupiter im zwölften Haus mit dem angenehmen Gefühl einhergehen eine sichere innere Führung zu haben. Natürlich kommt es jetzt auch sehr auf euer Geburtshoroskop an, ob vielleicht andere Planeten den Einfluss von Jupiter und Saturn ganz direkt empfangen, das müsste man dann mal in einer Beratung klären. Am 21. Dezember um 11. 2. ist Wintersonnenwende und die Sonne geht in den Steinbock. Sie steht dann für die kommenden vier Wochen stärkend für euch und zeigt verlässliche Freunde an, die sich vielleicht über die Feiertage bei euch melden und wenigstens am Telefon mit euch austauschen wollen. Überhaupt seid ihr sehr kommunikativ und habt auch Lust dabei das Internet zu nutzen und wenn ihr verliebt seid erotische Nachrichten auszutauschen. Gut möglich, dass verschiedenste Leute gerne mit euch Weihnachten oder Silvester verbringen wollen und ihr seid geneigt euch relativ spontan zu entscheiden. Doch die Sterne raten, dass ihr damit nicht bis zum letzten Moment warten solltet. Es ist besser, wenn ihr eine Einladung gegebenenfalls absagt. Das ist dann kurz unangenehm, aber die Betreffenden wissen, woran sie sind. Wenn ihr einen Liebespartner habt oder mit Familienmitgliedern feiern wollt, ist alles prima, denn der Vollmond am 30. Dezember bildet schöne Romantikaspekte und begünstigt auch ein Zusammensein mit der Familie. Und jetzt kommen wir zum Serviceteil mit der Verlosung und mit meinen neuen Terminen für euch. Wenn ihr mit mir euer neues Jahr oder ein anderes persönliches Anliegen besprechen wollt, könnt ihr gerne eine Beratung bei mir buchen. Alternativ könnt ihr computerbasierte schriftliche PDF-Horoskope bestellen. Da bekommt ihr eine für euch zusammengestellte Deutung eurer Transite, aber ein persönliches Gespräch können die natürlich nicht ersetzen. Dafür sind sie aber viel preiswerter als die Beratung. Alle Produkte findet ihr auf meiner Homepage und die Infos dazu verlinke ich euch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mein Jahrbuch 2021 oder mir ist jetzt gedruckt und erhältlich. 208 Seiten prallvoll mit astrologischen Infos für euch und eure Lieben. Und dazu passt wunderbar mein schöner Antonias Sterne Kalender mit den Mondphasen und den Tagesaspekten. Beides könnt ihr über die Bücherseite meiner Homepage bestellen und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der nächste Livestream findet am 26. November statt. Da gebe ich euch eine Aussicht auf die Mondfinsternis am 30. November und die Sonnenfinsternis am 14. Dezember. Außerdem könnt ihr euch schon mal merken, dass ab dem 26. November der Black Friday Sale bei Cosmogramm beginnt und da gibt es ganz tolle Angebote für euch. Und im Livestream machen wir wie immer ein Gewinnspiel. Zudem könnt ihr euch auf meiner Homepage anmelden und den Link dazu mit persönlicher Widmung, wenn ihr mir fleißig postet und schreibt und meinen Kanal abonniert. Ihr könnt mir zum Beispiel gerne posten, was ihr so erlebt und ob meine Vorhersagen für euch passen. Das interessiert mich voll. Und wichtig ist ein Abo oder dass ihr die Videos teilt. Ein Abo hat auch den Vorteil, dass ihr da eine Benachrichtigung einrichten könnt und so erfahrt ihr dann immer automatisch wann ich neue Videos hochlade oder live streame. Achtung wer gewonnen hat, das gebe ich im Monatsvideo für den Januar bekannt, das noch vor Weihnachten online geht. Und hier geht's zum Kanal Abo. Mehr Infos zu den Mondknoten und den aktuellen Sonnen- und Mondfinsternissen findet ihr in meinem Special Back to School und empfehlen möchte ich euch auch mein Special über Lilith im Stier und den Livestream mit dem aktuellen Mondzyklus. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.